Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Totally Accurate Battle Simulator. Ja, ich habe das ein bisschen angezockt mal. Ja, wie man sieht, sind hier schon die ersten zwei Level fertig. Ich glaube, wir spielen einfach erstmal das dritte Level. Für die, die es nicht wissen, also wir haben hier so eine Armee. Und, oder nicht Armee, sondern unsere Gegner. Und wir müssen jetzt mit diesen 1500 Monies, mit dem Geld, müssen wir uns dann eine Armee zusammenstellen. Und, ja, tun wir uns ein bisschen lag, dass die Alpha von dem her ist. Das ist nicht so. Gut, ähm, was nehmen wir denn als erstes? Ich würde mal sagen, wir müssen die, diese Schilder, was ist, was ist gegen die Schilder gut? Boxer vielleicht? Da einen, da einen, da einen, da einen, da einen, da noch einen, da noch einen, da noch einen, da noch einen. Ah, wir machen ganz viele Boxer. Entschuldigung, sorry. Äh, ganz viele Boxer da überall. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Kameraperspektive so okay findet. Oder ob das irgendwie geändert werden soll. Nach eurer Meinung. Mal gucken. Ich glaube aber nicht, dass das so gut verdient. Äh, verdient. Klappen wird. Okay. Und hier drücken wir jetzt mal auf Start und gucken, ob das klappt. Alter, es lebt übel. Aber mal gucken. BAM! Oh, die Boxer rasieren. Die Boxer rasieren. Was ist das denn? Der... Alles klar, der rennt einfach komplett in die Verschichtung. Was ist das denn? Jungen, wir werden ja abgehen. Aber die Gegner gehen auch richtig ab. Mal gucken. Geht doch auf ihn drauf. Jungs! Das ist ein hartes Battle, würde man mal sagen. Und? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Oh, ich glaube, wir haben es geschafft, glaube ich. Oh, first try. Die Boxer gehen richtig ab. Ich spiele noch ein Level, glaube ich, würde ich sagen. Und dann... ...müssen wir, ähm... Ich hab jetzt best. Ich hab jetzt best. Und go. Oh, das! Juhu! Oh, ho, ho! Scheiße. Oh, man! Schade, Marmelade. Was ist das da? Barrel Roller. Roller. Marmel, da ganz viele Barrel Roller. Hey, wie kann ich das nur... Ah, ich will... Okay, clear. Machen da einen hin. Machen. Da einen hin. Da einen hin. Da einen hin. Und... Da... Da einen hin. Okay, mal gucken, was ist die Barrel Roller los. Ah, die wird es richtig aufs Maul. Wo fahren die? What the? Junge! Was machen? Oh, was soll ich... Nein, 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 nein. Och, ich hab keine Worte mehr. Wir spielen die Sandbox. Oder nee, die spielen wir im nächsten, ähm... Part. Wir probieren jetzt noch mal das Level 4. Wenn ihr noch mal so ein Video wollt, lasst gerne mal ein Like da. Und... Auch ein Abo. Muss man einfach mal dazwischen so gesagt haben. Yo. Ich probier mal, was... Was passiert denn mit diesen Cannons? Und dann können wir noch einen Barrel Roller... Nein, kein Barrel Roller. Das ist eine Kacke. Und Start. Perfekt unser Money aufgebraucht. Ah, nice. Oh. Aber das klappt doch... Okay, das klappt nicht gut. Mist, die Kiste. Die brauchen mehr Kanonen, glaube ich. Oh. Junge. Junge. Mann. Aber die Kanonen waren eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, wir lassen die Kanonen mal. Oder wir machen mal so ein Katapult. Ob das vielleicht gut ist. So ungefähr. Und Starten. Mal gucken, ob das geht. Jo. Okay, die zieht's ganz schön mit. Aber... Okay, die sind zu nah dran. Oh. Oh, Mann. Wie krieg ich das denn? Ich scheitere schon mit Level 4 bin ich schlecht oder so. Jetzt muss... Jetzt hilft nur noch er. Jetzt hilft nur noch er. Ist... Oh, noch ein... Was für 300. 300. Es ist mir schon auch schnell, als ob es nichts für 300 gibt. Dann machen wir noch eine Axt. Jetzt, das wird... Bist, Alter. Das wird so gut. Alter. Chickman. Was macht Chickman da? Oh. Und der mit der Axt rastet auch komplett aus. Alter, und Chickman. Er kackt Hühner. Was? Und der mit der Axt rastet komplett aus. Der hat irgendwie viel an einer Seite. Bam. Okay, nein. Chickman, nein. Aber der hat die Axt. Warum? Hey, wie soll ich das schaffen? Hey, bin ich schlecht? Ja. Was machen die Peasants? Ich mag ganz viele Peasants. Ah, viel Peasants. Peasants. Äh, wir sehen uns dann wieder, wenn ich alle platziert habe. So, ich habe jetzt ganz schon viele... Äh, wie heißen sie denn? Peasants. Da hin platziert. Aber ich habe dann nach einer Zeit keine Probleme gehabt. Und habe einfach noch so ein Ding hingesetzt. Wir können ja noch gucken, ob es irgendwas für 100 gibt. Gibt es irgendwas für 100? Wir können noch einen Sperrwerfer da hinten räumteln. Zwei vielleicht. Und dann würde ich sagen, drücken wir auf Start und hoffen, dass es gehe. Wahrscheinlich. Alter. Alter, die Peasants. Alter. Juno, das legt richtig. Alter. Das legt so hart. Das legt so hart. Oh, aber die Peasants rasieren. Oh, die Peasants. Die einfachen Bauern haben es rasiert. Juhu. Juhu. Und damit würde ich sagen, beende ich auch das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Bock auf sowas habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, schreibt mal ein Hashtag. Hashtag. Ähm. Taps. Also T-A-B-S. Verein. Und dann würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschau. 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 Tau. 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 Bis zum nächsten Mal.